Hallo? Ja, Kamer. Ah! Na, Ben! Jo. Was machen wir, Anu? Wir warten auf die anderen. Ah, Widget, ne? Genau, wir machen Widget. Ach so, das meinst du. Ja, Vollgeist. Vollgeist würde ja mehr Spaß machen. Ja, wir haben uns aber auf Widget geeinigt. So. Ah, jetzt sind alle da. Ist ja geil. Nein, noch nicht ganz. Doch, doch. Das sind alle da. Vollgeist oder Widget? Widget haben wir gesagt, ne? Ja. Schade. Miau. Wie ist das eigentlich hier? Miau. Widget da. Sicherstelle, wie ein Benutzer definiert das Ding, ne? Wir sind ja zu viert. Ich mag ja Widget nicht so. Ich mag ja Widget nicht so, sagt er. Nee, wirklich nicht. Keine Antwort ist auch noch eine Antwort. Deswegen sage ich einfach mal ja. Jo, mach mich jetzt! Ich würde sagen, ja. Also, wir können ja erstmal Benutzer, ähm, wir können ja erstmal ein Benutzer definiertes Spiel spielen und dann, wenn, je nachdem wie es läuft und irgendwie es uns gefällt, können wir ja. Ach so, ich hab vergessen zu pinkeln. Ich war auf dem Klo, aber nicht gepinkelt. Bis gleich. Ja, bis gleich. Eine öffentliche Runde spielen, oder so. Aber erstmal können wir ja privaten Runde spielen. So, Widget. Widget. Was, sag ich mal, ist it bei Golf it, Scribble it? Widget. Du musst doch aufs Klo. Warum bist du nicht? Ich bin schon fertig. Ich bin schnell, Kacke. So. Du hast jemand eine Sekunde weg? Wer möchte was? Wer möchte als erstes Jäger sein? Also, ich bin Hexe. Okay, ich bin Jäger. Ich muss erstmal drin sein. Leute, es beidolk. Das ist nämlich auch Jäger. Was machen wir denn? 2-2, oder was? Ja, das ist gut. Nein, nein. Eins. 2-2 ist so unfair. Nein, nein. Nein, nein. 2-2 ist so unfair. Gut, dann bin ich auch Jäger. Wie finde ich das unfair? Ja, macht's. Ich bin Jäger. Nee. Ich werde gerade was ich nehmen und nehme ich. Ähm, okay. Was nehme ich nur? Magic Block, Magie Blocker, oder? Sind wir jetzt alle Jäger? Alle vier? Nein. Nee. Ich auch nicht. Ich auch nicht so. So, was denn hast du eine Map? Die kann ich mir ja schon mal angucken. So, ich bin auch bereit. Oh. Hä? Hä? Lass mich dich abwerfen. Ich bin gefallen. Bruce. Bruce? Warum fallen wir? Ja. Damit wir wieder aufstehen können. Jo. Geh ich denn mal hin? Ah. Da geh ich hin. Kann ich mich gar nicht verkleiden. Okay, raus in die Stadt. Wo das Leben lebt. Wo das Leben lebt, genau. Das Leben lebt. Hört man den Hund eigentlich? Ja. Man hat sie gerade einmal bellen gehört. Ich hör sie die ganze Zeit. Ja, aber du bist ja auch im gleichen Haus. Nein, bin ich nicht. Also, reden wir von Sina. Bist du das? Nein. Nein. Nein, dies. Die liegt doch nicht so vor. Die bellt nicht. Ich hab mich gerade selbst hergezaubert. Das ist ja voll der Magier, Alter. Scheiß auf Siegfried und Roy. Nein, 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 nein. Alter, reust du jetzt etwa etwas? Nein. Ich hatte mir... Ich hatte mir vor Ewigkeiten mal so Mini-Chilis auf dem Balkon gepflanzt. Alter, hab ich mal gerade eine von gegessen. Ey, leck mich am Arsch. Das brennt morgen zweimal. Das brennt auch fünfmal. Nein, 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 nein. Boah. Okay. Alter, meine Puppertze tut mir jetzt schon leid, ey. Puppertze. Ja, ist doch... Oh, da ist irgendwas gehüpft. Ja, das war ich. Ach, das war nur mein Deter-Poling. Das war mein Deter-Poling, um genau zu sein. Ich wusste nicht, dass das Tun auch das kann, aber ehrlich gesagt... Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Nee, das wusste ich auch nicht. Ich meine, ich finde es witzig. Also... Dieses Tun ist eigentlich so sinnlos. Was bist du eigentlich, Aydaria? Ich bin der Pönis. Hey, du mit deinem Pöniskomplex. Ich bin ein Pönis. Ach so, ein Pönis. Ich glaube, sie hätte gerne auch einen, deswegen sagt sie es so oft. Nein, 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 nein. Nee, Pönisneid. Pönisneid? Naja, ihr habt es leicht beim Pinkeln. Wer hätte das nicht gerne? Okay. Sie ist hier irgendwo in der Nähe. Ich? Ah. Ich? Oder? Ich möchte beobachten können, aber ich kann von dir aus gar nicht beobachten. Und ich sehe keinen. Wie langweilig ist das denn? Ah, da sehe ich jemanden. Was? Also, wenn wir das, dass du nur... Ich sehe jemanden. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Irgendein Fettwarnst. Wahrscheinlich ist es Digi. Ey. Ja, es war sogar Digi. Wie geil. Ey. Ist das überhaupt... Ist das einfach nur, dass es keine richtig... Das ist nicht die richtige Hexe, oder? Ja, das ist sie nicht. Doppelgänger. Blöder Doppelgänger ist das. Nicht nett. Okay, ich wusste gar nicht, dass die... Aber mich findet man nicht. Ja, das... Das stellen wir schon fest. Äh, bleib stehen. Bleib stehen. Ich hab die Schmerzen. Scheiße. Ich hab frisches geschnappt. Ich wusste auch genau auf Sio zu, ne? Wir haben frisches geschnappt. Sehr schön. Du lebst noch, Azaria? Ja, ich lebe noch. Ja, noch. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Ich hab mich gar nicht verwandelt. Ach, hast du nicht. Huch. Was bin ich denn jetzt? Nein. Wie geil war das denn? Nein, Vorsicht. Bist du irre? Da ist sie. Nein, bist du irre. Wieso machst du sowas? Alter. Hab dich trotzdem getötet. Ja, aber ich hab trotzdem gewonnen. Trotzdem gewonnen. Ich hab mich mal verstecken sollen, ey. Wo warst du denn eigentlich? Hä? Hä? Was hast du gefragt? Ja, wo du warst? Ich war auf dem Dach. Rithof der schlaffenden Rose. Also ich schwebe hier. Die mag ich. Ich kann nichts tun. Aber man kann was kriegen. Ah, jetzt. Was bin ich denn? Ich bin wieder Jäger. Zwei Jäger, zwei Hexen oder was? Ja, zwei Jäger, zwei Hexen. Ich bin nicht mal Hexe. Ex-Hex-Ibeling. Also als Jäger bringe ich dir eh nicht viel. Ja, ja, mal sehen. Mal sehen. Hallo. Hallo. Hi, hi. Hi, 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 hi. Bisschen Schießkünste zeigen. Bisschen üben hier. Bisschen warm machen. Yeah. Äh. Die kann man ja spannen. Hm? Du meinst, schauen so. Hm, was passiert da draußen? Let's go. Mal sehen, wo sie sich, ob sie sich irgendwo versteckt haben. Nein. Nein. Bissst du jetzt wieder auch Jäger? Zio? Ja, ich bin Zio. Ja, ich bin Jäger, meine ich. Ich bin Zio auch. Ah, er ist der Jäger. That's racist? Der Yachtmeister. Pommes Mayo Weiß. Der Yachtmeister. Der Yachtmeister Pommes Mayo, was? Ja. Pommes Mayo Weiß. Was ist das? Ja, Pommes Mayo Weiß. Ja, aber... Was hat das mit dem Yachtmeister zu tun? Was hat das mit dem Yachtmeister zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich liebe diese Untergrund, äh, diese kleine Gruft hier. Die habe ich letztes Mal gar nicht entdeckt. Ah, sag bloß. Bisschen zu. Ah, ich habe mich, ich habe mich, du kleiner Wichser. Hier ist doch einer. Ah, da bist du. Hier ist doch einer. Ah, da ist er. Der Käse. Wo ist er? Nicht der Käse. Das Broach. Das fette Broach. Der Bank. Wo ist die Bank? Da, gespringt. Wo bin ich? Scheiße. Geh doch weg. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich bin so ein abgeranzter Körper. Nein. Nein. Ja. Komm schon, das war... Was war das denn für ein... Schön. So, jetzt habe ich... Hm. Vielleicht... Hier. Oder dort. Oder da. Nix. Okay, irgendwo hier. Was ist für das gerade? Oh, Menno. Oh, Menno. Hm. Weißt du, ich habe mich noch so hingelegt, dass man mich überhaupt finden kann. Aber du, du bist ja total die Cheaterin, ey. Oben auf dem Dach wahrscheinlich. Denkst du? Ich glaube so... Nee, 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 nee. So was aber auch. Schwing dein Ding. Boah, nee. Passe. König. Ey, du mein Pönis, ey. Ja, was? Ja, nee, ich sage ja nur. Ich hänge. Ja. Haha. Aha. Bist du hier unten, oder was? Hui. Uuuuuhuuhuuhuuhu. Oh, ich habe sie gerade gesehen. Ja, ich sehe dich. Und dann habe ich dich zwar, aber leider nicht töten können. Trotzdem habe ich dich gefunden. Trotzdem habe ich dich gefunden. Ich will darauf hinweisen, ich habe dich gefunden. Aber du hast mich nicht gekriegt. Ja, trotzdem. Ich muss schon wieder, Pippi. Bist du ein Hund? Eiche dich zusammen. So. Wir werden erst mit noch einer Runde gewartet. Bewahren sie die Kontenance. gehen wir ins ok eine runde privat noch und gehen wir danach ins öffentliche oder möchtest du lieber jetzt habe ich den jäger ja das ist das zwillingsmasken theater so mit wem ich versuche gerade das zu machen aber irgendwie funktioniert bei mir machst du was was hast du ich habe ein popcorn runtergeschossen ich mache gerade schießübungen okay dann gehen wir mal raus in die weile weiß ich zusammen kannst ja gleich da gleich brauchen wir nicht mehr wenn wir ins öffentliche spiel gehen ist doch so es gibt keller wusste ich gar nicht meine ich jetzt bedenken können aber wüssten wissen wusste ich nicht nicht im keller ach du scheiße ich jetzt ja du scheiße sagte es gibt keller anscheinend die kuh blut ist im schuh der schuh ist viel zu knapp die echte braut ist noch daheim doch es wird dann meine sein ob von vorne oder hinten bitte ich war dir die sexuellen spielungen und dann denkst du denn schon wieder ich werde sie wohl doch noch finden von vorne oder hinten heute jetzt ist man hier draußen die ist sinnlos okay wir sind und nutzlos echt jetzt okay ich sehe schon was die sache ist jemand hat so eine ich glaube der hat eine täuschungsfähigkeit frage ist wo ist er jetzt frisches vom fass bitte so viel zeit muss sein ach komm so die masken sind es gerade schon mal nicht zwei festsäcke hier ne das ist echt nicht nett hey wir sind übergewichtig ey entschuldigung entschuldigung das ist nicht nett von dir nein ich wollte nicht auf ich wollte nicht äh ich muss los das ist sehr sizism von dir entschuldigung ja das wort gibt es wirklich es gibt sehr viele sachen mit ism hier ist sowas verwandelt oh eine bradpfanne oh und du 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 ich kann da nicht weg nimm doch die klofrau von hinten doch danke ich glaube ich glaube ja du konntest auch auf beschwören sachen welchen server nehmen wir denn ich bin schon drin ja alles klar ja bei eu7 hat er nur 13 server ist voll sagt er genau ich wollte auf die lette gehen darf sich wer du schon fertig also seid ihr jetzt auf eu 04 okay aber ich muss erst mal wieder ziel wieder hier raus ich bin drauf nicht mal liebsten sache okay ja genau eu 04 wie geht es da und sie ist auch da ja geil da sind wir alle da spiel läuft bereits aber das kennt da die strand map die folge die cooler cooler inseln die sind sehr viel cooler als alle anderen inseln da verstecke ich mich immer in der mitte auf dem hohen scheiterhaufen da immer dieser scheiterhaufen wenn das wird da am abend hexe verbrannt naja lieber scheiterhaufen als hundehaufen er will beginnt dieser ist ein scheiterhaufen man scheitert doch gar nicht doch die hexen die da liegen schon aber man legt ja holz scheite dahin scheiße jau ich hätte nie gedacht dass die die mal der schlauste von uns ist auch kein scheiß er hat sie auch nachgelesen er hat nicht gescheitert wie soll ich das denn jetzt nachlesen ich tappe jetzt hier nicht raus so handy warum bewegt sich da ist am ladekabel kann man ja kannst du ja viel erzählen wenn der tag lang ist während die suchphase noch läuft gehe ich kurz auf die lette schreibt mir eine postkarte mache ich apropos für nun ja oh es gab ein update zu zu Bingo Boffin. Ich hab's erzählt, wie sie erst mal Luft geholt hat. Wozu gab's ein Update? Zu Bingo Boffin. Es gibt neue Quests. Wieso heißt er eigentlich Bingo? So, hey, der Ringo fährt doch heute aus. Bedank dich bei dem Spiel, was geupdatellt ist. So lass ich mal das ernst. Neue Story-Quest. Starting at Level 20. Was denn nach Hanna-Wisky? Oh, ab Level 20 fing mal welche. Ja, ich hab den Schraubverschluss gehört. Ist ich dein Ernst? Ja doch. Wie geil ist das denn? Nein, das hast du nicht gehört. Doch, das hätte ich nicht gesagt. Nein, hast du den metallischen Erbverschluss gehört? Ja. Das ist nicht. Alter, du bist doch ein Aluholika. Ja, ich weiß. Krass, Alter. Der Aluholika, der mit einem Aluholika redet. Ja, Mann. Warte, was du für einen Metallverschluss? Der hat den, der, ey, der hat, Sio. Ja? Was ist das? Psch, psch, psch. Was ist das hier? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Du bist kein Trinker. Nein. Ja, ich bin kein Trinker. Das weißt du aber auch. Ja, ja, ich bin einer. Und, äh, hier, der, äh, Dingens, der hat das erkannt. Hier, wie heißt der, der Dingens da? Der Digi. Digi, der hat das geradet. Du kannst auch einfach Fettsack sagen. Das ist schon... Genau, der Dicke da, am anderen Rohr. Was nehmen wir denn? Was für ein Rohr? Was ist das? Mein Rohr. Was ist mein Teil? Loa Kiki. Eigentlich hätte ich jetzt von Aldaria erwartet, dass sie sagt, Penis! Wer bin ich eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Wie ist das? Das ist dieselbe Map nochmal. Das ist... Spiel dieselbe Map nochmal! Selbe Map nochmal? Okay, alles klar. Einen Augenblick. Mein Kater will raus. Ich hab auch nur einen frühen Kater. Der will ja auch raus. Schatz, ich liebe dich. Echt? Ich auch. Ladies and Gentlemen, here we are. Bin ich eigentlich gerade der... Hier. Ich bin doch am Popo. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin soll. Ich auch nicht. Doch, ich weiß es. Das Problem ist hier einfach an der Map, die ist ja nicht allzu groß. Da gibt es jetzt nicht so viele... Und wenn die Leute die Map einfach kennen, dann bist du relativ schnell... Da schauen wir doch nicht über... Das sind die Fettsäcke. Wir sind nicht fett, wir sind übergewichtig. Wir sind nur... Nee, warte, wir sind nur stark gebaut oder so. Vollschlank. Irgendwas, was Obelix sagen würde. Schwere Knochen. Ich bin nicht dick. Genau. Ah, der Dicke her möchte also anfangen. Ich bin nicht dick. Ah, der Dicke her. Ja. War das nicht Asterix, der Oberdruhe oder... Ja, einer der geilsten Filme. Ich finde diese Aufgaben einfach so klasse, ey. Was die da machen müssen. Ich finde die Geisterrömer ziemlich cool. Oh. Nimm sich ihn nicht übel, er ist einfach müde. Wovor sich Asterix so aufregt. Oder auch der Typ hier, dieser Ägypter, der in der Hypnotisieren will. Du bist ein Wildschwein. Du bist ein Wildschwein. Ja. Du bist ein Wildschwein. Ich hab den Film als Kind geliebt. Ich lieb ihn auch immer noch. Das Haus, das Verrückte macht. Passier schon A38. Ja, passier schon A38, Eila. Aber nur mit dem blauen Formular. Ja. Oh, dann näht sich irgendwas Dickes. Und nein, ich bin es nicht selbst. Gott, Petres... Was? Petr... Wie auch immer. Hat Ronny geschnappt. Typischer Ossi. Ronny! Ronny! Komm zurück, du blödes... Dingen... Alter, ist die Bumpe am Schwabbeln. Da muss ich aber noch ein paar Jahre kommen. Okay. Tut mir leid, Sio. Das ist gemein. Das ist so gemein. Oh, süß. Das ist gemein. Ich hab King geschnappt. Ich hab den King. Ich sag mal, haltet mich jetzt tatsächlich wirklich für blöd, aber sinkt die HP, wenn du in der Verkleidungsform bist? Nö. Kommt auf die Gegenstände drauf an. Ich hab noch 25. Oder ist das so eine Servereinstellung mit der HP-Sache? Ich seh den, Sio. Ist grad, wo wir privat gespielt haben, hatten wir ja Sicht. Kommt drauf an, welchen Gegenstand du annimmst. Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber ich bin irgendwas Schönes. Weil, wenn du zum Beispiel, äh, das eine bist, hast du zum Beispiel 60. Wenn du das andere bist, kannst du 100 haben. Und wenn du wiederum das andere bist, äh, sagen wir mal, desto, äh, größer du bist, desto mehr hast du. Sagen wir mal ganz einfach, ich bin ein Boot. Nur rein hypothetisch. Also, dann hätt ich jetzt 60 HP. Hab ich aber nicht. Also bin ich kein Boot. Oh, scheiße. So. Wärst du, wärst du ein Boot, hättest du wahrscheinlich über 100. Und mehr sag ich jetzt nicht. Nicht, nicht mehr ohne meinen Anwalt. Ohne meinen Anwalt? Ohne meinen Anwalt, ne? Ohne meinen Anwalt sag ich gar nicht mehr. Ich mein, da muss ich die Frau Popkes auch noch anrufen in der Nacht. Ich glaub, das will sie nicht. Boah. Wer ist Frau Popkes? Meine Anwältin. Grüße meiner und Popkes. Okay. So heißt meine Psychologin. Ja, meine heißt, äh, wie heißt eigentlich meine Psychologin? Ich war schon seit über ein Jahr nicht mehr da. Wie heißt sie doch gleich? Hast du wirklich eine Psychologin, oder? Ja, hab ich. Nee, nee, hab ich wirklich. Ah, ich frage mal bei der Therapeutin. Aber wie heißt sie denn doch gleich? Ey, war ich über ein Jahr nicht da. Ja, mehr, ja, seit, wo diese Köcke anfingen da. Ach ja. Oh. Ich hatte ein schönes Versteck. Also ich lieg so öffentlich, ne? Ich lieg hier oben, mitten in der Mitte. Ganz oben drauf. Ich hab doch auf dich geschossen. Ja, Sio, da bist du, Sio. Ich hab doch doch auf dich geschossen. Ich war ein Seestern. Auf mich? Da lagen drei von mir da oben. Ich war auch ein Seestern. Ja. Ich war ein, ich war ein Fruchtbär. Ich war beim Anfangshaus. Achso, hier kann man auswählen. Ich will, könnte mir Fiskerstätten nehmen. Ich kann nix auswählen. Ja, die Fiskerstätten, sehr schön. Liegt ja nicht an uns. Mal sehen, was wir sehen. War das die Nordlandkämpferin hier letztes Mal oder so? Genau, die Nordlandkämpferin. Oh, ich bin ein Jäger. Ich bin auch ein Jäger. Bist du das auch? Oh, wir verkacken. Nein. Mal so richtig. Ich kann das irgendwie gar nicht. Ach komm. Ich glaub, das ist nur damit das schlechteste Versteck, was man sich suchen kann. Ja, wir sind Jäger. Digi und ich, das kann nix werden. Wie schön, dass du das auch einziehst. Jo. Gemein realistisch, find ich gut. Jetzt wird nix. Okay. Warum steht die eine Hexe einfach nur in der Gegend oder ist das ein Doppelgänger? Hier ist eine Hexe? Ja, ich glaub, das ist ein Doppelgänger. Aber die lösen sich auch irgendwann auf. Die bleiben noch nicht dauerhaft, oder? Ich weiß nicht. Ich glaub, die werden so lange, bis sie... Oder ist das... Hey, das war sogar... Jo, nice, Alter. War wahrscheinlich AFK. Jo. Away from, äh, äh, ähm, Xylophon. Die, 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 die... Ja, oder Xylophon. Irgendwo ist die was. Irgendwo ist die was. Okay, komm schon. Hat an mir vorbeigeeiert. Hat an mir vorbeigeeiert. Wir sind schlecht. Also, ich zumindest. Ja, ich auch. Hallo. Ich tue nur so, als wenn ich's könnte. Du kannst gar nichts. Dieses behinderte Huhn, Alter. Warum fällt das denn um? Warum fällt denn das um? Weil Hühner nicht, äh, auf zwei Beinen stehen können? Ne, warte. Was hat denn das gesoffen? Tinte? Weil wir ein Hühnermeer als zwei Beine haben. Hast du gerade gerülps? Nein. Fräulein. Was denn? Kontinuums, ne? Ich geh links rum. Ich geh woanders hin. Ich geh woanders hin. Ziskerstätt. Das ist doch gar nicht. Scheiße, sind wir schlechte? Ich glaube, wir sind die Schlechtesten, die man je gesehen hat. Okay, das glaub ich nicht. Hey, da bist du ja. Yo. Ich glaube nicht, dass ihr die Schlechtesten seid, die man je gesehen hat. Ich glaube, wir sind richtig mega schlecht, Alter. Okay, das kann sein, aber nicht die Schlechtesten, die man je gesehen hat. Deine Mutter. Diesen Modus hat es auch bei dem Geld. Was hat das damit zu tun? Viel. Ich habe euch gerade gelobt, ihr Blöde. Deswegen, ja. Da, da ist was. Nein. Da ist was. Nein, ist es nicht. Ja. Ach, das ist ein Monster. Flieg mein Huhn. Ach, das fies einfach zu dem. Flieg mein Huhn. Oh. Flieg mein Huhn. Hier, hier. Hier, hier. Fickel. 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 Bedeut. Ja, da, da. die will mich voll verarschen das ende da wo ich bin ich habe noch nicht einen einzigen jäger gesehen wir sind ja nur zu zweit das ist mega unfair warum sind wir nur zu zweit hallo ich will ich will wieder ich will wieder da damit ich will mich hier nicht warum man das ist ich mach gleich zurück ich hab nicht eingefunden ja doch ich schon dass wir sehen wie einen wilden es ist gar nicht verwandelt es ist ich liebe diese liebe dieses augenmonster schieß drauf ich kann nicht mehr ich sehe es nicht hallo hallo ich hab auch gedacht wie geil so hallo ich hab noch geruch in den atem ins rachen im auge im mund in den exigenen luakiki paradiese 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 wie bin ich denn Oh, ich wollte gerade sagen, warum sehe ich alles verschwommen? Paradise, para, para, paradise. Ah, okay. I'm too close, sir. Wollen wir alles auswählen, wenn man ist? Nein, ich glaube, das wird zufällig gemacht. Das ist so gemein, Hauptsache nicht Kaja und ich zusammen. Wir sind mega schlecht. Also irgendwas ist bei mir buggered. Ja, als Zuschauer bin ich gut. Ich bin ein Jäger. Hexe. Du bist Jäger, kann ich dich wieder verarschen, voll geil. Ach, das bin ich. Alter, was geht? Oh, was ist das denn, ey? Oh Mist. Oh Mist, sagst du. Süß, oh. Okay, wir sind... Hoch. Das ist hier nicht gut. Denk ich mir auch gerade. Kommen wir auch nicht weg, ich bin festgebackt. Oh, das ist nicht gut. Boah, da fliegt ein Huhn. Boah, da fliegt ein Huhn. Eindeutig nicht frittert. Das ist falsch. Faltig. Ah, ich kam da nicht weg. Sie, Roma. Ich habe halt ID geschnappt, die. Der ID. Jetzt hört doch mal auf damit. Sorry. Das liegt an ihm. Das liegt an Frisches. Er hat mir das jetzt so... Eingesicht. Weißt du, alle beschweren sich. Jetzt haben wir mich auch mal beschweren. Klar. Mich nennt man immer falsch. Naja, ich beschwere mich. Das liegt, glaube ich, eher an mich. Der ID auch. Was ist mit mir? Na ha. Hab dich. Hab dich geschnappt. Wieso kannst du das so gut? Weil ich schon ein bisschen Übung habe. Ich nicht. Und ich habe eigentlich nur zufällig gefunden. Ich war in dieser Runde noch nicht einmal Jäger. In der Öffentlichen. Ich war schon einmal Jäger. Das war mega gemein. Nicht Jäger. Jäger? Du hast Jäger gesagt. Nein, sowas würde ich nie sagen. Doch. Nein, das ist abwertend und das ist falsch. Kennt ihr doch das eine Jäger? Deswegen hast du es ja gesagt. Ja, oder? Was? Mit dem Opa in der Insta. Mit dem Opa? Welches? Woher Jäger sagt? Oder was? Bei uns? Nein, das war das... So, dass ich Jäger, Jäger, Jäger. Hier, Schornsteinfeger. Wie heißt du denn, Sio? Das ist uraltes Video. Das war damals bei uns in Detmold in der Innenstadt. Ich weiß gar nicht. So einer hat Dings hier so ein Puppenspieler da gespielt und dann das Lied. Herr Schwarzer, hey, Jean, krabbelt aus. Nein. Hat sie dir das nicht gezeigt? Wie geil. Ist vom Bonner Film. Wie kenne ich nicht. Warum habe ich das nicht? Ich will es haben. Geht's mir. Frau LP schicken. Kannst du mal deinen Freund zeigen? Frau LP? Wie auch immer. Ich habe eine Nahrung. Ach, du guckst auch schon zu. Ach, du hast ja die erste in Geschmack. Ja, von mir. Ich bin sehr stolz darauf. Hey, wir haben nur noch King übrig. Fällt mir gerade so auf. Irgendwie ist hier so ein fliegendes Auge. Digi, lebst du noch? Ich bin ein ganz kleines bisschen tot. Bist du auch schon tot? Mhm. Oh, scheiße. Ich habe es halt einfach nicht drauf. Das ist das Problem. Was machen wir eigentlich zu essen, wenn du hier bist? Äh. Da nichts. Ich bin Koch. Das sucht etwas aus. Weißt du, du bist Koch? Ich bin gelernter Koch, ja. Sag bloß, das wusstest du nicht. Ich hatte es ihm gesagt. Warum erzählst du mir das Wichtigste nicht? Ich habe es dir erzählt. Bisher war mir Kaya relativ unsympathisch. Ich habe es dir erzählt. Aber er ist gelernter Koch. Jetzt liebe ich ihn. Ich habe es dir erzählt. Ja. Richtig auffrisch ist. Und wer liebt mich? Keiner. Alter. Gelernter Koch? Sio, da warst du doch schon. Da ist niemand mehr. Ja, und? Ich kann ja trotzdem gucken. Wer liebt mich? Das war jetzt übrigens keine rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage? Na, ich natürlich. Ey, du bist Koch, Alter? Ja, das sagt doch nur so Beifällig. Weißt du, bei Diggy, ne? Du, ich wollte dich herzeln. 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 Du, du, du bist ja nur eine Frau. Es wird scheißegal, was mit dir ist. Und wenn du von der Thema fällst und verreckst, wach, es ist ja egal. Ach, Quatsch, du kannst nicht so einfach von der Klippe fallen. Da passiert doch nichts. Es ist doch ein Spiel. Weißt du? Also ich bin noch nicht mal, ich bin noch nicht mal ins Wasser gefällt. Samu, dann kommt sowas. Ja, ja, ne? Komm, passt schon. Du bist Koch? So, letzte Runde für mich. Für heute. Okay. Ich will dich kennen. Das werden wir. Er ist Koch. Da warte ich seit elf Jahren drauf. Das können wir gerne machen. Was nehmen wir denn? Ich habe das mal für Schuss-Frag-Köhle gestimmt. Ja, haben alle. Ich habe für diese komische, für das Kino gestimmt. Das ist ein Theater. Deine Mutter ist ein Theater. Mach mal kein Theater hier, ey. Nein, ich bin schon wieder so ein Affen-Arsch. Ey. Hä, warst du nur noch gar nicht, oder? Doch, ich bin im Käfig. Wie geil ist das denn? Ich bin schon wieder so ein Affen-Arsch. Ich bin ein Fettsack. Ich bin ein Fettsack. Ich auch. Und ich spiele auch. Wollte ich gerade sagen. Man weiß das doch noch gar nicht, wenn man in der Beobachtungsphase ist. Jetzt ist meine erste Hex-Versteck-Fase. Ich bin schon wieder gefallen. Aber man kann richtig schön sheeten von oben. Ich sehe deine Hexe. Ich weiß, warum sie sich versteckt. So, wudala. Versteckt oder nicht? Scheiße. Jetzt kommen wir. Jetzt kommt ihr, meine ich. Meine erste Hexe, äh, meine erste Jäger-Runde. Yay. Ja, toll. Das war wohl kein gutes Versteck. Huch. Nee, ich habe mich noch gar nicht versteckt gehabt. Fuck. Ja, ich auch nicht. Ja, das gehört dazu, ne? Ich auch nicht. Und das habe ich letztes Mal bei dieser Map nämlich auch nicht geschafft. Und hier kann man sich so geil verstecken. Ich bin nur von oben runter gefallen. Das war mein Problem. Ja, dieser Map halt ganz besonders, weil sie so großläufig ist. Und mehrere Ebenen hat das ziemlich neusch. Ich bin ein Granatapfel. Ja. Geil. Was kann man daraus kochen? Granatapfel eigentlich nix. Du kannst die Kerne, die Kerne höchst küssen fürs... Ja, was man daraus gucken machen kann, ist vielleicht für ein Dressing, für einen Salat. Ja. Salat. Oder halt für einen Smoothie oder so, weil sonst mit den Kernen kannst du... Smoothie mit Wodka, da bin ich dabei. Wodt. Der Angerlosen hat mich gefunden. Wodt. Wodt. Ja, der hat mich auch ermordet. Der cheatet doch. Oh, der ist einfach gut. Nee. Mein Bruder ist gut. Ist das eine Kamera oder... Das bin ich. Alter, das sind Kameras, diese Viecher? Ja. Das sind Kameras. Nö, das sagt man mir jetzt. Also im Spiel sind sie halt... Also wenn sie von der Hexe gesteuert werden... Ähm... Ähm... Wenn die Hexe noch nicht tot ist, sind sie halt... Ähm... Ähm... Lila. Alter, ich hab noch einen Himmel. Die Hexe kann dadurch halt auch Cookie... Cookie-Cookie machen, ne? So... Oh, ein kleines... Eindeutig nicht Fritt ist die Hexe. Aber ich dachte, er wäre nicht Fritt. Ich wäre so ein Kanapé. Ein Kanapé? Ein Kanapé. Kanapés gibt es auch in der Küche. Ja, ich weiß. Das sind so kleine Baguettescheiben mit irgendwas belegten. Jo. Kann man nicht hier, da kann man nicht lang. Ja, ich hab das mal irgendwann aufgeschnappt. Er ist ja... Er ist ja kein Koch. Nein, nein. Ich dachte, er wäre Koch. Oh, da bin ich jetzt durcheinander. Ich dachte, du wärst Koch. Nee, nee. Ich bin zwar Koch, aber ich hab immer nur die Klos gescheuert. Gescheuert? Gescheuert? Ja, ich bin mir manchmal auch ein. Ja, ich bin gescheuert. Komm, ich bin wieder raus. Und was ist das Wichtigste in einem Gastroberuf, gerade in der Küche, wenn du... Du musst dir nie so einen Platz erstmal herbereiten. Bist du das da mit dem Schwimmring, Schatz? Ich? Nee, ich hab kein Schwimmring. Okay. Bist du das mit dem Schwimmring? Ich hab kein Schwimmring. Das war ernst. Das ist bunte Katz. Ich hab schon einen Schwimmring. Ah, das hast du mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Hasen dran? Ja. Ich bin hinter dir. Hallo. Hallo, ich habe die Kamera. Genau, mit den Harvey. Den Harvey hast du dran. Mit Harvey Dent. Ich folge dich. Wo bist du hin? Trogelbecher. Trogelbecher, Trogelbecher. Trogelbecher, warte, ich komme. Da bin ich. Trogelbecher. Ja, sie sieht dich nicht. Nö. Ich denke, das sieht man. Nö. Nö, nö, nö. Du bist ja tot. Ihr seid tot. Wie soll ich euch sehen? Deswegen ist die Kamera unsichtbar. Ich kann doch gar keine toten Leichen sehen. Man sieht sie nur, wenn die Hexen... Aber ein Daria kann doch tote Leichen sehen. Da habe ich gerade was zugesagt. Wer hat dazu gehört? Keiner. Genau. Doch ich, sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Ich sehe, ich sehe dein Gesicht. Alter, hast du eine wahre Arte Brust, Baby. Ich weiß. Deswegen bist du, deswegen findest du mich auch so effektiv. Ja, ich stehe auch so harte. Oh boy. Wollt ihr das lieber vielleicht privat klären? Ich weiß ja nicht so viel. Ja, genau. Sollen wir vielleicht... Volle Rose kaufen? Volle Rose kaufen. Ah, danke. Woher kommt das jetzt? Ey, der Rosenmann. Volle Rose kaufe. Ha, 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 ha. Der Rosenmann von Ruhe. War man hier echt schon überall. Der Rosenkavalier. Bastian Passewka. Ha, ha, ha. Okay, ja. Ist das nicht der Ranjit mit der Bernita? Okay, ich habe Bastian Passewka nicht gesehen. Gelesen. Gelesen kann man ihn auch. Ich bin auch nicht sehr belesen. Das war ja, Leute. Das war meine letzte Runde. Ich mache mich also vom Acker. Rysko Schneider, wie geil. Alles klar. Das war's. Bis zum nächsten Mal.